Ein tragischer Unfall bei Klausen-Leopoldsdorf im Bezirk Baden forderte Sonntagabend ein Todesopfer. Ein 22-jähriger Lenker kam gegen 22.30 Uhr auf der L2111 mit seinem PKW von der Fahrbahn ab und stürzte über eine Böschung und landete schließlich im Graben. Durch den Crash wurden seine beiden Mitfahrer im Auto eingeklemmt und schwer verletzt. Alarmierte Polizisten eilten den jungen Männern zu Hilfe, während ein anderer, zwei weitere, darunter den Fahrer, am Straßenrand versorgte. Ein 20-Jähriger musste noch an Ort und Stelle vom Notarzt reanimiert werden. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen, wo er doch wenig später verstarb. Ein weiterer 22-Jähriger wurde schwer verletzt ins AKH nach Wien eingeliefert. Der 22-jährige Unfalllenker sei nach eigenen Angaben einem Reh ausgewichen. Er kam mit leichten Verletzungen davon. Das Auto soll auch nicht für den Verkehr zugelassen gewesen sein. Die Ermittlungen der Polizei zur Herkunft vom Fahrzeug und Kennzeichen laufen. Die Unfallstelle war bis kurz nach Mitternacht für den Verkehr gesperrt.